willkommen in eilert wir sind jetzt hier unten an der marina alles sehr schön angelegt ja das ist die neue marina von eilert sehr gepflegt jachten wie man sich das so vorstellt das könnte auch irgendwo in europa in frankreich in spanien seien preis niveau teurer als in deutschland aber gut wir sind jetzt auch immer auch im touristischen gebiet wenig touristen wenig touristen klar in der jetzigen angespannten situation kann man nicht so viel erwarten die berge im hintergrund die sind natürlich schon auf jordanischer seite hier ist es von hier aus ist ungefähr noch ein kilometer bis zur grenze nach jordanien wir gehen dass die promenade weiter richtung richtung grenze ja das hier momentan gerade krieg herrscht davon kriegt man hier vorne wenig mit man sieht natürlich viel militärs sehr viele kontrollen aber insgesamt ist alles sehr sehr ruhig ja soweit erst mal wieder ein eindruck und gehen wir mal hier rein in die kleine passage also ja ja also alle Vielen Dank.